So, da sind wir wieder, und dann will man hier nicht durchfragen, was diese Vollidioten denn wollen. Ich packe mal, wenn ich es mal nach oben, dann aber nicht trainiert werden muss, was zu sagen. Haha, nächster halte sie, der Broncher, der nicht so der, der sieben Person am nächsten kommt, ist das Kaff-Zweibladur. Keiner wird sich uns da entgegenstellen. Hättet ihr nicht gedacht. Was tut du zu sagen? Hallo? Möchtest du dich dem Kabotor anschießen und hilflos im Matsch zappeln? Hahaha. Nö. Kein los. Rundzappel ist es so. Ich geh bei den Sachen noch zu den Korn. Krüge mich während ein paar Vollidioten. Wie ihr. Wie euch. Ja, ich gehe bei dem Korn. Ja. 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 Ja, der Krabbruch gesammelt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde auf jeden Fall noch ein Eisbogen Ich werde auf jeden Fall noch ein Eisbogen Vielleicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Das ist ein Eisbogen Letztes Mal Husten Wir müssen Es geht jetzt weiter Dann planen wir dieses Nex Glyza und Vorentwicklung Das ist das Obwohl Auf jeden Fall irgendwas Selbst Team Galactica hat keinerlei Verwendung für eine Kampagne. Ich will mal benutzen, was die Fächer sind. Wir haben die Galactica-Bombe gezündet, ihre Sprengkraft war in Nord. Bombe? Bombe! Meinst du doch, oder? Bombe! Das war total Bombe! Bombe! Alles war weg! Okay. Oh! Was Das ist der Galactica! Das ist dein Golbert hast dich! Den Galactica hat dich! Den Galactica hat dich! Wenn nichts wartet, schneller als ein Golbat. Bist du den nicht? Bist du den nicht? Wundern Golbat ist fast weg. Wundern Golbat. Ja. Dann wäre schon mal ein Goldbettler... ...erwicht. ...ein X-Bettler. Da ist ne Öl. Ach, hier war mal der See? Was ist hier los? Haha, das ist ja noch ein so aus. Boah, das werde ich für den Widerstand bestrafen. Denkst du, Vollidiot? Brauglich, du kannst nur... Ja, da ist nicht... ...falsch gedacht. Ich hätte mir wussten, wie das denn Tiefschlag kann. Tiefschlag ist nicht... ...un Gruner drauf. Machen Die Zeit hat ein Nachteil, dass sie unten drauf sind. Welcher Len gegenüber auch gerade anreifst? Aber, ja... ...ist nicht so schlimm. Irgendwie war ich mit dem Geduld doch noch irgendwie anfreunden, die wir anbieten. Ich habe das selbe Problem noch immer. Mit den Kontrollen. Ist das alles, was du kannst? Kloflaschen? Entschuldigen. Er hat Oberoffflaschen. Was habt ihr euch denn auch alle so? Sargent Oberoffflaschen? Oh, gut. Team Galactic Sargent, Team Galactic Sargent, und noch Flaschen. Ah, ich will doch fast auch, was so dumm ist er. Ich will doch mal sagen. Was machst du hier? Ich will jetzt hier nur Exosantersuchung. Pah, so egal wer du bist, das macht dir keinen Unterschied mehr. Dann jetzt brechen die wirklichen Seiten an. Alle Puppen und Legendaren Puppen und Werden. Und auch Hauptquartier in Schneide im Gebach. Das ist also ihr Plan. Wer ist das? Die Mission verläuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für die, äh, alles für alle. Und das Beste für Team Galactic. Ich kenne dich noch. Du bist doch das Kind, das in Ewegenau das Gebäude von Team Galactic befallen hat. Stimmt. Pfff. Jupiter soll dich schämen, dass sie sich von einem Kind halt die Knie zwingen lässt. Hier, der sich Team Galactic in den Weg stellt, wird die... ...Konsequenzen spülen. Ehe da noch so kleine Pieps gegen uns wird von uns übertönt. Okay. Wer ist das schon? Unser Ton. Mit Planeten haben sie irgendwie... Haben die doch, äh, die im, äh, Galactica... ...Venus... ...Neptun... ...Pluto... ...und die anderen Planeten... ...Psystrahl... ...Zu-du-du-du-du-du-du-dla-du... ...Ba-bapf... ...Ja, gut. Ich werde jetzt nicht in die Knie gehen. Du musst. Oh, ich kann nicht auf meine Welt oder nicht. Du musst. Ich werde nicht in die Knie nehmen. Lala. Was ist das, was ich nicht? Was ist das? Verdammt! Nein, jetzt ist es ja ja krass! Ach, wer... Vielleicht ist den Eisenhardt er auch nicht... Ich hab Toxen gesagt... Aber wir müssen auch die Dramatik des Segmenten... Das passt nicht. Äh, die Dramatik des Segmenten... So wird das Segmenten... Und... Zwischstrahlen... Wohら! Oh da bohr... Nööööö! Hebebeam... Was da wundere! Erkennt man hier, ob das männlich oder weiblich ist! Was für ein Gesichtszügen würde ich sagen? Weiblich? Aber sicher bin ich mir nicht. Hm, selbst ein Commander kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber es ist schon in Ordnung. Ein Kind wie du wird es nicht niemals schaffen, gegen den Sprung der Zeit zu spüren. Oder unterzugehen. Team Galactik wird hier hin und hören. Das Pokémon vom See der Wahl gefangen hat. Wo ist das? Das Pokémon des Sees ist hier. Was ist hier los? Ich kappe durch. Das ist... Also wir werden mal zum... Nachhause gehen. Wir fliegen mal nach Hause. Oder wir fliegen mal nach Hause. Und von da aus werden wir dann weiter gucken, was los ist und was nicht. Oder wir fliegen mal nach Hause. Oder wir fliegen mal nach Hause. Na, wir kommen zum Haus in der Klasse. Geht's dir oder der Pokémon gut? Ruhig doch ein Ruhig langs. Natürlich, wenn wir gerne tun. Wenn ich mir die Nachrichten anscheinend bin ich gleich ganz besorgt. Was geht dir gut? Ja? Junja, du bist ja auch nicht allein. Okay. Langsam machen wir eher Sorgen um dich. Was ist denn hier los? Ah, Nikolaus. Welch ausgerechnetes Timing. Team Galactik. Diese Schorken suchen das legendäre Pokémon. Du musst lunch hier raus. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Au... Aua! Das alte Knacker nur! Okay... Okay... Ich glaub ich hau das noch in einen Port ein. Habt ihr gleich zwei sehen auf einmal? Boah... Boah... Unsere Aufgabe ist es, dich unten zu halten. Und den Job erledigen. Hier jetzt... Wir haben einen Top-Trad-Trad-Trad-Trad-Trad-Trad-Trad-Trad-Trad-Trad. Und den Job erledigen. Und den Job erledigen. Da bin ich in eine Top-Trad-Trad-Trad-Trad. Bei Zipain, dann unsereónie zu ja endlich und geht die Chean durch ein Ret represented. Eine... Ihr für... ... Hurn, dann auch nur... HURRRR! Du achst hö Bridgetok course. Ich denk das jetzt auf dem Ger 아버at. ss Showme die Uhr mit... ...au kommst sim. Es war auch schön. Du bist Delta-Trad. Erst Samen. Was ist denn mit euch, Loh? Was ist mit... Ah, Mann, ey, es gibt wohl nicht. Nein! Nein! Was mache ich denn? Nein, nein, nein. Ich schicke meine Pokémon gegen einander. Ach, scheiße. Puh! Gut, das ist auch wenig ent. Wenig... Warum habe ich mir das auch nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und warum die Attack von meiner Nagen drin gehen, weißte ich auch nicht. Wieso treffe ich das Puffoneck nicht? Ich verstehe es nicht. Wieso? Ich spiele ein. Ja, das war's. Oh... Ich bin ein paar Mal von Sonnen. Ich bin ein paar Bads hier. Ich bin ein Krawl. Ich bin ein paar Mal von Flux. Ich bin ein paar Jäger. Na gut, so lange sind dann ein neues Erdbeer, aber jetzt gehen wir auch das Teil des Jobs vor sich zu sein Was haben die hier für... Das würde ich jetzt auch gerne wissen Aber das werden wir beim Nicht-Part klären Schalten dann auch wieder ein, wie der Part gefallen hat Gib einen Daumen Doch nicht Schreibt einen Kommentar drunter, irgendwas Bla bla bla, ist auch ein Kommentar Und ja... Schaltet das nächste Mal auch wieder ein Ich bedanke mich, wenn ihr zugesehen habt Und sagt Tschüss Ich bedanke mich... Ich bedanke mich...